Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terra im Konflikt. Ich wurde in den Kommentaren darauf aufmerksam gemacht, dass ich einen Sektor noch nicht erkundet habe und zwar im Zyarts Machtbereich gibt es noch einen unbekannten Sektor. Da war ich noch gar nicht. Und da fliegen wir jetzt hin. Und dann schauen wir uns mal die Nachrichten an, die es hier gab. Und dann gehen wir ein bisschen auf Missionssuche, würde ich sagen. Dann müssen wir die ganzen Frachter ausrüsten und in den Tirana Sektor schicken zum Handeln. Und schon bin ich im Sektor. Das war's schon. So, ich habe natürlich nicht aufgetankt. Gut, jetzt waren wir hier. Dann fliegen wir wieder heim und tanken mal auf. Sprungantrieb wird geladen. Dann gucke ich mal die Nachrichten rein. Oh, ich muss meine Waffen wieder deaktivieren. Kann mir jemand noch mal einen Tipp geben, wie das geht, dass ich in einem Waffenslot verschiedene Waffen installieren kann? Ob brauchst du dazu einen Mod oder vielleicht kann mir das mal jemand sagen? Genau, erstmal wieder hier auf Standby. Kommando akzeptiert. Okay, jetzt gucken wir mal die Nachrichten an. Also, dass ich quasi hier unten in dem Slot vielleicht hier einen Pulsstrahler und noch einen, ähm, auch vielleicht der 3 oder der 4 dann vielleicht einen Energieplasmawerfer installieren kann. Wenn ich das nämlich jetzt hier mache, was ist das denn jetzt? Ist das nämlich jetzt hier drinnen? Keine Ahnung, wie das geht. Ich habe das nur gesehen bei einem anderen YouTuber, Skinwalker. Okay, jetzt passt das wieder. So, jetzt guck ich mir mal die Nachrichten an. Schokaro. Fracht. Genau, du hast jetzt erstmal... Du dockst an. Und gibst denen dann hier die, äh... Drohnen. Quatsch, halt, das machen wir anders. Du gehst Heimat der Legende. Das Ausrüstungs-Doc. Gut. Oh, bist du jetzt? Ist das dasselbe, Schokaro? Ja. Genau. Ne? Eine Kampfdrohne kann... Oh, jetzt habe ich den... Ach, ich dussel. Ach, das war jetzt nicht so clever. Na gut, okay. Du bist fertig hier. Geh zur Position. Genau, dann machst du hier weiter. Dann teilst du hier seitdem aus. Wie warst denn du noch dabei? Das kriegen wir noch hin. Gut, Perseus ist, glaube ich, wieder bei mir. Genauer. Ja, Mammut. Wo bist du? Alles klar. Perseus haben wir geguckt. So. Und dann... Machen wir das anders. Name ändern. Du wirst... ...ein... ...terraner... ...001. Jetzt. Wo bist du? Okay. Ja. Autosprung, ja. Und die 15. Ah. Das war aber jetzt knapp. Gut, ich werde jetzt erstmal hier, äh... ... 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 Wo geh ich denn jetzt auf Missionssuche? Ah, schlieb wir zur Heimat der Legende. Mal gucken, was da, ob es da was schönes gibt. Nun gucken wir zu portas. sprungantrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initierer sprung mal sehen ob die uhrtas etwas schönes für mich hat nicht für 53.000 ok dann guck ich mal wieder nach meinem terraro gut name ändern 002 ok ok was ist denn jetzt hier kann ich jetzt mitte sprechen das hast du schönes ach das gibt es doch nicht knapp verpasst guck ich mal zitieren so was kann ich für die nachricht rein schokau ok meine schokau du hast jetzt was du hast die kampf genau dann mache ich eins dann fliege ich mal hier durch ost tor vielleicht gibt es da norto vielleicht gibt es da einen schönen auftrag eingehende nachricht autopilot aktiviert mamba autopilot deaktiviert ach so war angefasst springt doch gleich oder was na gut dann springt er halt gibt es eigentlich noch irgendwo hauptquartiere die man abklappern könnte ich könnte mal zur terracorp gucken das ist eine gute idee mhm terracorp heimat des lichts sehfleisch gibt es da was schönes autopilot aktiviert so genau das ist sehr schön oh was ist jetzt passiert was ist jetzt passiert was ist jetzt passiert was ist jetzt kaputt gegangen hier frachtraum geschlossen irgendwas ist an mir zerschellt haha hätte ich vielleicht doch vom turm wegfliegen sollen na gut hoffentlich habe ich mir jetzt niemanden zum feind gemacht gleich nochmal zurückfliegen erreiche system heimat des lichts da muss ich jetzt nochmal gucken springen da muss ich noch mal gucken nicht dass ich mir jetzt jemand zum feind gemacht habe aus versehen sprungantrieb wird geladen kann ich nochmal gucken gibt es hier was hier gibt es auch keinen ordentlichen auftrag prozent 60 70 80 90 da muss ich jetzt mal gucken autopilot deaktiviert ist hier irgendwas rotes oh eine baumission so vielleicht gibt es hier eine schöne mission für mich zum erledigen ich guck mal ja ähm erweiterte option feind xedon kark das ist okay na gut dann scheint nichts nichts angebrannt zu sein so und gibt es jetzt hier noch irgendwo es gibt doch glaube ich noch bei den poronen adreus hauptquartier kann ich noch gucken wo wollte ich noch gucken wo gibt es noch sowas heimat der legende war scheinbar des lichts war ich adreus kann ich gucken und dann gibt es noch bei aquilas gürtel da gucke ich mal da ob die irgendwie noch aufträge haben ah gut du darfst handeln laderaum machen wir nicht so so und jetzt halt warntausch mit kampfdrohne transferiert ähm jetzt kampfdrohne bereit kampfdrohne waffen insta so jetzt musst du mal gucken hier du gehst jetzt nach ketzos untergang kampfdrohne 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 zucker kampfdrohne kampfdrohne transferiert so ok ok kampfdrohne kampfdrohne waffensysteme installiert handel starte sektor handel in asteroiden gürtel frachtraum geschlossen kommando so der nächste geht dann nach jupiter so 003 ok so alles einstellen der nächste so ist die nummer vier ja ach das ist ein geklicker ja jonge 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 die machen wir noch fertig das ok dann machen wir das halt mit phasenrepetiergeschützschmiede gibt's bestimmt in dann heimat der legend da gibt's auch immer viel mal phasenrepetiergeschütz das kriege ich eh nicht hin so hoffentlich kriege ich die jetzt noch in meinen so hoffentlich kriege ich die jetzt noch in meinen Mammut rein wo soll ich das Ding hin bauen wo soll ich das Ding hin bauen dann heimat der legend ok das ist ja klein um die Ecke dann kann ich quasi acht energiezellen na gut da fliege ich schon mal in die Richtung dann mache ich meinen Thron ein bisschen leichter und dann dann hast du zu nummer sechs und dann Rostutzu Nummer sechs und dann Und du hast die Nummer 7? So, das reicht das mal. So, ich wollte doch mal zu meinen Händlern gucken. Ah, hier ist mir das aufgefallen. Und zwar verkauft er auch. Ist das nicht so schlau? Du wirst nur einen Einkäufer. Gut, 10 Millionen. So, dann geh machst du hier weiter. Und was macht... Hab ich jetzt irgendwo noch Satelliten drin? Genau. Ja, hätte der ja welche. Du bleibst einfach stehen. Der ist fertig. Der ist auch fertig. Nicht, dass die hier mal in Chokaro was tun. Dann machen wir es einfach so. Dann fliegst du hier ein bisschen außerhalb. Kommando akzeptiert. Dann passierte nichts so. Frachtraum geschlossen. Du hast keine Satelliten. Okay. Oh. Ach, jetzt ist er erst angedockt. Eingehende Nachricht. Dann kann ich den jetzt direkt weiter schicken. So, jetzt rüsten halt. Jetzt rüsten wir dich auch aus. Ruder-Optimi-Tretwerks-Tuning-Boost-Erweiterung-Installiert. Handels-Computer-Erweiterung-Handels-Kampf-Software-MK-2-Mineralien-Kollektor-Installiert-Navigations-Software-MK-1-Installiert-Spit- Sektor-Handel nach. Warte, wo wollte ich jetzt hin? Jupiter. Jupiter, genau. Kommando akzeptiert. So, dann ist Jupiter 2 dran. Oh nein. Ein bisschen. Phasenrepetiergeschütz. Diese Phasenrepetier-Eingehende Nachricht. Kommando akzeptiert. Immer. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90, initiiere Sprung. So, und jetzt muss ich auch schon mal die Station abwarten, so. So, jetzt will ich mal gucken. Was hat denn die U-Tas Schönes? Sie sprechen mit dem Auto. Haben Sie etwas zu sagen? Ich habe den. Seien Sie nicht kindisch. Wollen Sie den Job oder nicht? Ich glaube, das ist jetzt so ein Auftrag für die U-Tas. Wollen wir den mal annehmen? Okay, dann machen wir das jetzt. So, was muss ich jetzt machen? Eskortieren Sie. Fliege zu U-Tas Konvera Turuks Board. Oh, jetzt muss ich erstmal nach Nuanas Unterschlupf. Tut mir leid. Ich muss erstmal was klären. Nuanas Unterschlupf, nicht Hinterhalt. So, das tut mir leid. Das muss ich jetzt erstmal machen. Wenn der hier meine Händler angreift. Wer war das? Die 16. Wie geht's dir? Du hast Kampfdrohnen ausgesetzt. Oh, du bist noch heile. So. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. Ich muss erstmal ein Schlückchen trinken. Ui, 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 ui. Haha, falsche Taste. Einhalten, einhalten, nein. Das war jetzt sehr schlau. Na super. Boah, das ist ja mal richtig gut gelaufen. Sehr schön. Das ist doch mal schön. Ja. Gott sei Dank habe ich die Kamera heute nicht an. Da könnt ihr mein verzweifeltes Gesicht nicht sehen. So. Aber. Das machen wir nochmal. Ich habe jetzt keinen Bock, den Joystick einzustecken. Das war halt blöd, dass ich das Ding gerammt habe, aus Versehen. Da habe ich schon mein ganzes Schild verloren. Das war jetzt nicht so schlau. Aber das macht nichts. Euch passiert sowas nicht, ich weiß. Mir schon. Eingehende Nachricht. So, jetzt nochmal. Eingehende Nachricht. So, jetzt muss ich ein bisschen langsam angehen lassen. Wie kann ich denn jetzt die Raketen umstellen? So nicht. Sollten Sie es wagen, eine Einrichtung der Arkonischen Föderation anzugreifen, bleibt uns keine Wahl. Wir sind dann gezwungen, im Namen des Präsidenten und Senators zurückzuschlagen. Kann ich nur die Raketen umstellen? Ich muss auch's mal weg, ja. Na. Ich muss auch's mal wegfliegen. Weg, 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 weg. So, jetzt schicke ich das noch ein paar Raketen entgegen, mein Freund. So, ich muss mich auch schon wieder ein bisschen erholen. Alarm, Rakete im Anflug. Westrakete, installiert. So. Rakete im Anflug. Ziel ist nun, die Feueranflug. Alarm, Alarm, Rakete im Anflug. Eieieieieiei, ich bin ja schon wieder fast tot. Eingehende Nachricht. Alarm, Rakete im Anflug. Wärmung, Energielevel niedrig. Westrakete, Rakete im Anflug. Typhoon-Rakete, installiert. Oh, habe ich mich jetzt hier ein bisschen verschätzt? Oh, mit Joystick geht das besser. Westrakete, installiert. Und tschüss. So, das L kriege ich jetzt noch hin. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Bisschen langsamer werden. Was gibt's jetzt hier noch? Ne Piraten. Gut, die lassen wir noch Ruhe. Frachtraum geschlossen. Die Argon-Wrenches. Frachtraum geschlossen. Andockerlaubnis. Zuhalt. Aktiviert. Kanzel wieder deaktivieren. Akzeptiert. Boah, das war ein hartes Stück Arbeit. Das machen wir jetzt noch fertig. Wo solltest du jetzt hin, nach Jupiter 2. Kommando akzeptiert. Das war jetzt ein hartes Stück Arbeit. Und, uh, 36 Minuten. Dann beende ich für heute das Video. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.